Der Direktor des Archivs des Bistums Passau, Dr. Herbert Wuster, hat viele Akten und Dokumente aus der gesamten Geschichte des Bistums Passau gelesen und durchforstet. Er sagt, das Thema Flucht ist in der Geschichte Passaus nichts Neues. Das, was Passau heute erlebt hat, ist natürlich 1945 auch erlebt. Das ist der erste sichere Ort auf deutschem Boden, damit ein klassischer Zielort für viele, viele Menschen. Dementsprechend groß war eben auch der Andrang von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen auch in der Stadt Passau. Man stelle sich vor, in der damaligen Sommkaserne, dem heutigen Stammgebäude der Universität im früheren Kloster St. Nikola, haben 1945 und danach über 4000 Flüchtlinge und Vertriebene gelebt, gewohnt, gearbeitet. Eine unvorstellbare Not, aber eben ein erstes Auffangbecken, um eben der unmittelbaren Notlage Herr zu werden. Die Lage nach 1945 war verheerend. Dokumente bezeugen, dass zeitweise über 100.000 Menschen in Passau gelebt haben, bei einer Stammbevölkerung von 25.000 Menschen. Viele der Flüchtlinge wurden auch privat untergebracht. Privatunterbringung klingt natürlich sehr harmlos. Es gab damals Wohnraumbewirtschaftung. Der Staat hat die Flüchtlinge und Vertriebenen verteilt und zugewiesen. Die einheimische Bevölkerung musste, soweit es eben nach ihren Raummöglichkeiten überhaupt möglich war, Flüchtlinge und Vertriebene aufnehmen. Das heißt, es hat auch große Einschränkungen für die einheimische Bevölkerung gegeben. Die Verteilung der Flüchtlinge über das ganze Bundesgebiet sei ein Schlüssel, um dem Problem Herr zu werden. Ganz wichtig war eben einerseits die Integration der Vertriebenen und Flüchtlinge, Integration vor allem auch in die Arbeitswelt, aber eben auch Integration im ganzen Land. Keine Gettobildung, keine Lagerhaltung. Betrachtet man das Gesamtbild der Geschichte, ergeben sich immer wieder erstaunliche Parallelen. Aber auch Modelle, die zum Scheitern geführt haben. Was kann man also heute tun, um an diesem Problem nicht zu scheitern? Man muss das tun, was Deutschland jetzt schon tut, nämlich versuchen, auf alle möglichen Wege dieser Problematik Herr zu werden. Wir haben keine Wahl. Die Menschen sind da. Und man darf nicht nach Wegen suchen, dass sie nicht da wären, sondern die Menschen sind da. Dieser Realität muss man sich schlichtweg stellen. Und wenn man sieht, es sind Menschen, dann ergeben sich eigentlich das, was man tun muss, von ganz alleine. Man muss diese Menschen wie Menschen behandeln und versuchen, sie in Europa zumindest vorübergehend zu beheimaten. Wie Menschen behandeln. Willkommen heißen, beheimaten. Ja, Heimat schenken. Ohne Frage eine gigantische Aufgabe. Aber die Geschichte zeigt, die Aufgabe ist bewältigbar. Ja, uns cleanedwasser zu werden. Was ist gehört haben?